Die Zerstörung von Irfan Pezi. Ein neues Video von Maestro, eine Antwort auf das Video von Irfan, was wir uns gerade eben erst angeschaut haben hier im Stream. Auf YouTube kommt es ein paar Stunden später. Ich bin sehr gespannt, was es wird. Zerstörung ist ja eine große Ankündigung. Let's go! Was geht ab? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch du, Irfan, ich weiß, du guckst gerade zu, auch du herzlich willkommen zu einem neuen Video. Denn heute wirst du komplett auseinandergenommen. Das Video wird dir nicht schmecken. Denn du, mein Lieber, hast ein Video zu mir gemacht. Im Thumbnail steht, du wolltest es so. Und soll ich dir was sagen? Das ist, glaube ich, das erste Mal in deinem Leben, dass du kein Bullshit geredet hast. Ja, ich wollte es genau so. Und du hast genau das gemacht, was ich von dir wollte. Ich wollte, dass du den Leuten deine Dummheit präsentierst. Ich wollte, dass du zeigst... Warum ist da so ein Mikrofonrauschen drin? Ich dachte, du bist krasser Rapper. Leg mal ein Noisegate drauf. Ey, du hast das gleiche Mikrofon wie ich. Und trotzdem, wenn ich schweige, rauscht hier rein gar nichts. Leg ein Noisegate auf dein Mikrofon. So klingt das wie Müll. Jo, dass du wirklich rein gar nichts auf dem Kasten hast. Denn jetzt habe ich einen Grund, den Leuten zu erklären, wer du bist. Also Leute, schnallt euch an und herzlich willkommen zu meinem Video. Irfan Pejci kam mit seinen Eltern nach Deutschland, um Asyl zu suchen, als er zwei Jahre alt war. Der liebe Irfan hat in seiner Jugend keinen Anschluss gefunden und er hat auch keine Anerkennung genossen. Er wollte immer gerne, dass Leute ihn beachten, dass er eine wichtige Rolle spielt. Er wollte krass sein, aber er war nicht krass. Das ist schon ein bisschen traurig. Er hatte keine Freunde. Den Fall Irfan Pejci halte ich für typisch, sagte Stadtjugendpfleger Ewald Zenger. Da fühlt sich einer ausgegrenzt und plötzlich gibt es da eine Gruppe, bei der er im Mittelpunkt steht. Aber das ist doch bekannt mittlerweile, dass er sich damals islamistisch radikalisieren lassen hat. Spielradikalisierung, Salafistentum, Kämpfen im Heiligen Krieg eine zentrale Rolle. Falls ihr euch gerade fragt, hä, wie, der hetzt doch gegen den Islam, wie, Heiliger Krieg, ja. Der hat die Seiten gewechselt. Also der war früher bei den Islamisten und heute ist er sehr hart auf der Gegenseite. Was ein bisschen schade ist, weil er zwischendrin meiner Meinung nach basierter war. Aber gut, ich finde es immerhin, glaube ich, besser als Islamismus. Irfan Pejci war im Heimaturlaub, hat Leute kennengelernt, die er dann zum Kopf des deutschen Al-Qaida-Propaganda-Apparates geworden ist. Ihr hört richtig, er war der Kopf des deutschen Al-Qaida-Propaganda-Apparates. Er warb Leute für den Dschihad an, auch erfolgreich, weswegen zum Beispiel auch einer seiner Jugendfreunde... Nein, Pejci, okay, dann hat er es falsch ausgesprochen und ich richtig, hä? Okay, ich bin verwirrt. Pejci, okay. ...gestorben ist. Er ist nämlich in den Heiligen Krieg gezogen und ist in Syrien umgekommen. Auch eben, weil Irfan ihn angeworben hat. Auch Irfan... Also, Stand jetzt ist alles mir bereits bekannt und steht, glaube ich, sogar genau so auf Irfan Pejci seiner Webseite. Von Pejci wollte als Salafist in den Heiligen Krieg ziehen. Doch dann entschloss sich der Weidner als V-Mann zu arbeiten. Dazu kommen wir gleich. Ein langjähriger Freund aus der Oberpfalz, Mehmet C., hat dies dagegen umgesetzt. Er starb in Syrien als Dschihadist. Pejci hatte ihn mit dem Salafismus infiziert. Irfan ist somit auf beiden Seiten, also auf Seiten der Opfer, als auch auf Seiten der Täter, mittelbar daran beteiligt, dass Menschen gestorben sind. Und das ist jetzt ein Punkt, ein Wendepunkt in diesem Video, denn jetzt ist gar nichts mehr lustig. Und das ist schon der erste Punkt, wo wir merken, okay, der Irfan, der ist extrem beeinflussbar. Nur für ein bisschen Anerkennung hat er sich einer radikal-extremistischen Gruppe angeschlossen und Leute in den Dschihad in den Tod geschickt. Aber da kommt noch mehr. Auch ohne islamistischen Hintergrund ist Irfan Pejci kein unbeschriebenes Blatt. Er hat zum Beispiel mal einen Raubüberfall auf einen Handyladen durchgeführt. Im August 2008 ging Irfan Pejci mit zwei Kumpanen und einer Eisen... Also, wenn ihr dachtet, das Video von Irfan hätte viele persönliche Fronts enthalten, dann war das gar nichts im Vergleich zu diesem Video hier. Der Unterschied ist nur, Irfan hat das mit einer wesentlich lustigeren, überheblicheren, arroganteren Art gesagt. Aber davon hat er sich doch wirklich klar distanziert. Also, ey, ich hab meine Kritikpunkte an Irfan. Absolut, ich stimme mit seiner politischen Meinung nicht überein. Aber das kann man ihm doch jetzt schwer vorwerfen. Also, viel klarer kann man sich davon nicht distanzieren, als Irfan das getan hat. Also, ich weiß nicht, warum liest man das jetzt so vor? Er hat doch komplett die Entwicklung durchgemacht. Und das versteckt Irfan ja auch nicht. Der ist deswegen auch in den Knast gegangen. Die elterliche Wohnung wurde längst abgehört. Das zeigte sich im Gerichtsprozess zum Handyladenüberfall, bei dem Pejci zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Während seine Isolationshaft warb der Verfassungsschutz Pejci an. So erklärte sich vermutlich, warum der Staatsanwalt bei der Berufungsverhandlung vor dem Weidener Jugendchefingericht im Juli 2009 plötzlich für die Umwandlung in eine Bewährungsstrafe plädierte. So, der ist jetzt raus. Er ist immer noch in extremistischen Kreisen unterwegs. Aber gleichzeitig arbeitet er auch als V-Mann für den Bundesverfassungsschutz. Also, der führt ein Doppelleben. Er musste jeden Tag, jeden, den er jemals gekannt hat, anlügen wie gedruckt. Jeden Tag. Ja, weil er geholfen hat, gegen den Extremismus zu kämpfen. ... jeden Tag, jeden, den er gekannt hat. Also, was können wir daran schon lernen? Lüge. Okay. Also, soweit ich weiß, war er Informant. Das stimmt, glaube ich. Der Typ kann lügen wie ein Weltmeister. Aber das wären wir noch im... Du hast die next Post. Okay. So, sorry. Jetzt sehe ich Irrfahren mit anderen Augen. ... im späteren Verlauf des Videos erkennen. So, dieses Doppelleben hat er durchgezogen. 2009, 2010. Auf der einen Seite war er Dschihadist. Heimlich war der Informant. Er hat gegen Terrorismus gekämpft. Zu diesem Zeitpunkt hat er gegen Terrorismus gekämpft, mit dem Verfassungsschutz an seiner Seite. Er war Informant für den Verfassungsschutz im Kampf gegen Extremismus und Islamismus. Er hat Terror verhindert damit. Ich weiß nicht, wo dein Problem daran ist. Das ist sehr ehrenhaft sogar. Sehr ehrenhaft. Also ich sehe da jetzt keinen Punkt, der gegen ihn spricht. Und damit war natürlich seine Rolle als Informant weg. So, was denkt ihr, was der dann gemacht hat? Wird ein Buch geschrieben und hat in diesem Buch gegen den Bundesverfassungsschutz geschossen, Sachen geleakt und die ans Messer geliefert. Die Leute, die ihn damals aus dem Knast geholt haben, wo er drin versauern sollte, und dem Geld gegeben haben, eine Perspektive und Zukunft gegeben haben. Also was lernen wir? Der hat jahrelang auf Dschihadist gemacht, alle angelogen und dann verpfiffen. Dann hat der paar Jahre auf Informant gemacht, hat doch die verpfiffen. Auch da hat der wieder gelogen und ist jetzt auf YouTube unterwegs und hofft, dass wir glauben, dass er jetzt endlich geläutet ist und die Wahrheit spricht. Wie gesagt, das Video von Irfan hat auch persönliche Angriffe enthalten. Die waren aber zugegebenermaßen wesentlich lustiger. Aber einen Vorruf, ihn daraus zu machen, dass er Informant für den Verfassungsschutz war und gegen Terrorismus bekämpft hat, verstehe ich auch nicht ganz. Und nur fürs Protokoll, ich kritisiere null, dass er geholfen hat, Extremisten aus dem Weg zu ziehen. Ich denke, dass das in seiner gesamten Vita wohl das einzige Förderliche gewesen ist, was er gemacht hat. Warum zählst du es dann mit auf? Gut ist, er hat sein Leben lang, sein Leben lang hat er chronisch gelogen. Er weiß wahrscheinlich... Wahrscheinlich selber nicht, wer er ist. Aber kommen wir zu den Beweisen, ich kann ja nicht einfach irgendwas behaupten. Als er damals Dschihadist war, hat er Leute für den Heiligen Krieg angeworben. So, das heißt, er hat den Leuten das Gefühl vermittelt, dass er Ahnung vom Islam hat. Überlegt mal, der hat keine Ahnung und hat Leute belogen und hat mit ihrem Leben gespielt. Und sogar Leute, die er kannte, sind dabei ums Leben gekommen. Und wahrscheinlich auch zahlreiche Opfer auf der anderen Seite. Wir gucken mal, wie viel Ahnung dieser Brä vom Islam hat. Soll ich zitiere Tafsir-Gelehrt? Ganz kurz, Irrf. Ganz kurz. Lass mich ganz kurz ausreden. Welche Tafsir-Gelehrte kennst du aus der Bibel? Tafsir-Gelehrte? Welche Bibel-Exegeten kennst du zum Beispiel? Weiß ich jetzt nicht, darum geht es auch nicht. Nenn mir mal einen Bibel-Exegeten. Bibel? Jetzt geht es nicht um den Islam, sondern um Christentum. Jetzt, schau mal, dass du jetzt wieder versuchst, damit bloßzustellen. Aber dann kennst du keinen Bibel-Exegeten. Kennst du islamische Exegeten vom Koran? Ja, klar kenn ich islamische Gilehrt. Schau mal, hoffentlich auszufragen. Ibn Kathir. Ja, Ibn Kathir, was weiß ich, verschiedene. Okay, was ist, wenn ich zum Beispiel sage? Ich richte... Es ist halt, wenn du Leute so an die Wand stellst, werden sie meistens nicht sagen können. Ich werde so nicht mal das Alphabet sagen können. Ich nehme mich einfach an die Vorschrift. Das heißt, es begann die Pubertät und das Wachsen der Brüste und damit begann auch die Zeit zur Heirat. Was ist, wenn ich das als Richtlinie nehme? Finde ich falsch, die Richtlinie. Erstens, meiner Meinung nach, das mit der Pubertät ist nicht die Grenze im Islam. Nein, wir reden nur... Und ich halte es nicht... Ja, ich halte es trotzdem... Also ich finde es trotzdem... Also dass man sagt... Okay, weil... Also wenn ich mich da dran halte, ist es unmoralisch. Soweit ich weiß, ist das tatsächlich keine Koranverse, oder? Das ist nicht direkt. Das stimmt erstens nicht ganz. Aber das Ding ist ja, dass es heute nicht so umgesetzt wird. Ich meine, es gibt genug Bibelverse, die auch nicht heute mehr so umgesetzt werden. Das ist ja ein großes Problem. Wenn man sich an diesen einen Vers halten würde, super. Es gibt auch Bibelverse, an die sich aber heute niemand mehr hält. Und deswegen sind die auch irrelevant. Zumal auch die Grenze, wo die Pubertät beginnt, mit Heiraten anfangen, ziemlich früh ist. Also das ist ja... Bei Mädchen kann das schon bei zwölf anfangen. Insofern, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das ist auch nicht so super die tolle Grenze. Ja, finde ich schon. Gut. Warte, Vorsicht. Nein, ganz kurz. Das ist ein Vers aus der Bibel. Was? Was? Er hat doch mal behauptet, er hätte den Islam mehrere Jahre studiert. Und als anders Islam ihn zu den Basics, zu den Kernbestandteilen der Ausbildung in islamischen Hochschulen befreit. Okay. Sorry, kann auch schon mit 9 beginnen, tatsächlich. Also wenn 9 die moralische Grenze zum Heiraten für euch ist. Warte mal, es war jetzt ein Bibelvers doch. Es war... Warte mal, jetzt war es doch ein Bibelvers. Der Bibel. Was? Ich glaube, den Clip habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Okay, weil... Also wenn ich mich da dran halte, ist es unmoralisch. Ja, finde ich schon. Aber es gibt genug Verse der Bibel, die unmoralisch sind. Also du hast gerade eigentlich einen Vers genommen aus der Bibel, der auf den sich absolut niemand in christlich geprägten Ländern bezieht. Er hat gesagt, das steht im Koran. Hast das als Argument dafür geframed, was du nie so verwenden wolltest. Und würdest ihn jetzt damit auflaufen lassen, dass er sagt, das ist immer noch unmoralisch. An diesem Vers hält sich aber kein Mensch. Die Grenze für sowas steht bei uns im Gesetz. Zeig mal den Vers bitte. Ihr, keine Ahnung, es ist irgendeine Geschichte. Das ist ja... In der Bibel stehen ja einzelne Geschichten beschrieben. Das ist ja nicht so, dass das alles grundlegende Regeln sind oder Gesetze oder sonst was, die in der Bibel stehen. Sondern das sind ja alles quasi so Geschichten, die in der Bibel erzählt werden. Nicht alles davon ist eins zu eins als Gesetz oder Regelung zu betrachten. Warte, Vorsicht. Ganz kurz. Das ist ein Vers aus der Bibel. Was? Was? Teils, teils. Ja, ja, klar. Doch, mal behauptet er... Nicht alles, habe ich ja gesagt. Du hast ja den Islam mehrere Jahre studiert. Und als Anlass Islam ihn zu den Basics, zu den Kernbestandteilen der Ausbildung in islamischen Hochschulen befragte, wusste er keine Antwort. Er wusste nicht, was diese Begriffe überhaupt bedeuten. So Erstsemester-Stuff. Erstes Beispiel war, wo du gesagt hast, Bro, ich habe Islam acht Jahre lang studiert. Da habe ich dir gesagt, Bro, ich habe das rausgetan. Ich habe acht Jahre. Oder sieben Jahre. Ich habe gesagt, Bro, ich glaube, es ist nicht besonders hilfreich für dich, wenn ich die Stelle reinmache. Ich kann sie dir gerne reinmachen. Aber es ist nicht hilfreich, wenn du sagst, du hast es so lange studiert. Du hast es ganz du ja nicht. Ja, sag ich dir. Und ich stelle dir direkt nach, nachdem du diesen Satz sagst, stelle ich dir die Frage, weißt du, was Usul al-Faq ist und so weiter. Und ich stelle dir Grundprinzipienfrage. Muqayyad, Mutlach und so was weiß ich was. Und du weißt es nicht. Dann denke ich mir, Bro, also wenn du denkst, die Szene haut sich jetzt raus, kann ich sie rein? Wie kann so jemand denn nicht mal einen, wo die meisten Muslime die sofort auf Anhieb zwei, drei, vier, fünf Stück nennen können. Der Typ kannte nicht mal einen, nicht einen Tafsir-Gelehrten kannte er. Wie gesagt, wenn du mich so an die Wand stellst, ohne jetzt komplett, wie gesagt, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwann komplett hinterherläuft. Aber wenn du mich so an die Wand stellst in einem Interview, kann ich dir nicht das ABC vorsagen. Ich könnte keinen einfachen Satz lesen. Also ich würde das in dem Fall tatsächlich eher auf die Nervosität schieben. Weil bei den Kundgebungen und sonst was sind die ja schon meistens, ähm, meistens, ähm, inhaltlich schon relativ stark dabei. Auch wenn ich die Schlussfolgerungen daraus in Teilen ablehne. Du das mal zur Seite. Der weiß nicht, was in der Bibel steht. Der weiß nicht, was im Koran steht. Der hat keine Ahnung von nix. Der hat sich bis auf die Knochen blamiert. Wie konnte so jemand im Namen des Islams auftreten und Leuten das Gefühl vermitteln, dass er Ahnung davon hat und sie in den Tod schicken? Wie kann so einer sich das Recht rausnehmen, sich als Experten, dazu kommen wir auch später, sich als Experten zu betiteln für überhaupt irgendeine Religion? Aber wisst ihr was? Genau solche Leute wie Irfan, die landen dann bei der Al-Qaida. Nicht die circa zwei Milliarden Muslime, die friedlich leben. Nein, Leute wie Irfan, ja, war es ja auch verurteilt. ... die eben keine Ahnung vom Islam haben und... ... gibt leider genug. Das ist nicht ein Irfan, das ist kein Ding, was nur bei Irfan existiert im Speziellen. ... und das sogar mehrfach im Internet schon zur Schau gestellt haben. Und man müsste sich ja denken, guck mal, der hat sich ja öffentlich blamiert, der hat sich ja nicht privat blamiert. Der hat öffentlich der ganzen Welt gezeigt. Ich habe keine Ahnung von der Bibel, vom Christentum, keine Ahnung vom Islam, nichts. War Ex-Djihadist, hab Leute angeworben für den Heiligen Krieg, weiß nicht mal einen tausiert, gelehrten, nix. Ich weiß nix. Und da müsste man ein bisschen Demut erwarten, aber nein, der Typ tritt immer noch als Experte auf. Der gibt es nicht im Internet, noch als Experte. Wisst ihr warum? Weil das Einzige, was für ihn zählt, ist die Anerkennung. Der lügt von vorne bis hinten. Aber noch mehr Beweise für seine Lügen. Als er eben nicht mehr beim Bundesverfassungsschutz war, habe ich ja gesagt, hat er über die ausgepackt. Und da hat er auch gelogen, habe ich gesagt. Aber ich muss das ja jetzt belegen irgendwie. Machen wir. Auch was er veröffentlicht hat, eine Reihe von Dingen behauptet. Wie zum Beispiel, dass er mit Prostituierten bezahlt worden ist vom Bundesverfassungsschutz. Dass er einen monatlichen Lohn in folgender, folgender Höhe plus Boni bekommen hat. Plus, dass er Gelder vom Bundesverfassungsschutz bekommen hat, damit er die als Spenden an die Al-Qaida weiterleiten kann. Okay. Es gab eine offizielle Anfrage an den Bundestag. Frage vom Ab... Warte, 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 warte. Was? Er soll? Er soll mit Prostituierten bezahlt von sein? Stimmt das? Hat Irfan das behauptet, Chad? Weil das kann ich jetzt schlecht nachprüfen. Geordneten Hans-Christian Ströbele von Bündnis 90 Die Grünen. Inwieweit trifft die Aussage in der Buchveröffentlichung der Dschihadist, des islamistischen Ex-V-Mannes IP, also Irfan Pejci, des Bundesamts für Verfassungsschutz BFV zu, dass BFV habe ihn, der islamistische Werbe- und Terrorbotschaften im Internet verbreitete, damit bezahlt, dass ihm Prostituierte zugeführt, monatlich bis zu 3000 Euro Lohn plus Boni, Miete, nebst Spesen und Extrageld gezielt zum Unterstützen terroristischer Organisationen durch Spenden gegeben wurden. In Klammern vergleiche www.heute.de, in Anführungszeichen Ex-V-Mann des Bundesverfassungsschutzes, bricht sein Schweigen vom 28. Mai 2015 und Stern vom 28. Mai 2015. Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günther Krings vom 8. Juni 2015. Unzutreffend ist, dass Pej im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem BFV Prostituierte zugeführt wurden. Unzutreffend ist auch, dass er einen festen Lohn erhalten habe, sowie die von ihm behauptete Höhe der erhaltenen Zahlungen. Ebenso wenig ist zutreffend, dass Pej gezielt zur Unterstützung terroristischer Organisationen durch Spendenzahlungen seitens des BFV erhalten hat. Also, er hätte es auch kurz fassen können, er könnte sagen, alles gelogen. Er hat offensiv... Okay, also, hier wird Herr P. auch wieder abgekürzt, so wie es Maestro macht. Also, anscheinend hat das nicht gestimmt. Okay, lass mir so stehen. Ich weiß es nicht, aber ich gehe da mal davon aus. Sichtlich gelogen. Und er wurde erwischt dabei, bei dieser Lüge. Und warum? Wieder, um Geld zu verdienen. Damals wurde er Dschihadist für Anerkennung. Dann war er im Knast. Jemand hat gesagt, ich hole dich raus. So, aber ich würde jetzt sehr begrüßen, ich musste ganz kurz die Tür zumachen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn man jetzt mal anfängt, aufs Thema einzugehen. Weil bis jetzt stochern wir es halt zehn Minuten in der Vergangenheit herum. Und ja, am Anfang war es auch kurz nur persönliches Angreifen von Irfan und auch am Ende. Aber es waren so zwei, drei Minuten am Anfang. Zehn ist schon ein bisschen viel. Und gib dir Geld, wenn du dir verpfeifst. Also, ich bin dabei. Er hat seine eigene religiöse Überzeugung weggeschmissen. Also, das war ja falsch, was er vorher in seinem Kopf hatte, in seiner Birne. Ich weiß nicht, ob die Spinnweben in seinem Kopf irgendwelche neuronalen Netze lahmgelegt haben. Aber er hat aber diese Überzeugung, er war ja überzeugt davon, hat er sofort verkauft. Und hat gesagt, ich bin jetzt V-Mann. Und dann hat er auch diesen Job, diese Rolle als Informant auch wieder hintergangen und verkauft. Und hat ein Buch über die geschrieben und hat die exposed. Und jedes Mal hat er gelogen. Ernsthaft, sein ganzes Leben, einfach eine Lüge. Und wer jetzt denkt, okay, aber das war seine Vergangenheit. Er hat Leute auf die brutalste Art und Weise ausgeraubt. Leute in den Tod geschickt. Aber das war ja früher. Oh ja, vielleicht hat er sich ja geändert. Nope. Laut Medienberichten soll er, während er noch Informant war, im Jahre 2010, am Berliner Bahnhof Friedrichstraße einen US-Soldaten zusammengeschlagen und verletzt haben und sei dann abgehauen. Laut Stern gab es am 2. Juli 2010 im Bahnhof Friedrichstraße eine Gewalttat, die zu Pichys... Ja, keine Ahnung. Kann man jetzt wahrscheinlich schwer beweisen, oder? ...schilderung passt. Also er hat das selber veröffentlicht, ne? In den Akten der Bundespolizei formal zuständig gäbe es eine entsprechende Vorgangsnummer. Genau diese Nummer sei jedoch bei der Berliner Polizei nicht auffindbar. Sie hatte die Ermittlungen zeitnah übernommen. Der Typ hat mit den Straftaten einfach niemals aufgehört. Sogar, wo der für den Bundesverfassungsschutz arbeitet, schlägt der einfach irgendwelche Leute am Bahnhof... Er soll, ja. Keine Ahnung, schreibe ich jetzt einen Twitter-Artikel drüber, dass Maestro sonst was gemacht hat. Klar, der Stern ist irgendwie eine vertrauenswürdige Quelle, klar. Ich möchte jetzt auch gar nicht weit neiden, aber komm. Wann soll das gewesen sein? 2010? Vor 14 Jahren? Alter, vor 14 Jahren. Da... ...habe ich noch im Sandkasten gegessen. Also, come on. Also, ich hab gehört, vor 14 Jahren hat Maestro im Kindergarten ne Schaufel geklaut. Keine Ahnung, ob er das hat. Gegessen? Ja, natürlich gegessen. Was macht man sonst? Aufgehört. Sogar, wo der für den Bundesverfassungsschutz arbeitet, schlägt der einfach irgendwelche Leute am Bahnhof nieder. Haut dann ab. Macht das ein Mann? Schlägt jemand anderes und rennt dann weg? Und entzieht sich der Strafverfolgung oder steht ein Mann zu seinen Taten, Irfan? Hä? Sag mal. So, einige Jahre vergehen und Irfan Peci ist im Fernsehen ein gern gesehener Gast. Er ist bei Stern TV, die Stars, Pipapo. Er gibt sich überall als Islam-Experte aus. Also, so gesehen, der Tinder-Schwindler von Wish. Aber plötzlich, plötzlich kommt sein wahres Gesicht raus. Der Vorzeige-Aussteiger hetzt über, in Anführungszeichen, Brex-Zigeuner. Irfan Peci war erst Salafist, dann stieg er aus und machte Karriere als Antisemitismus-Experte und Medienliebling. Doch nun tauchen Chat-Protokolle auf, in denen er über Migranten herzieht. In Anführungszeichen... Hugo ist laut Neitern reich. Er kann sich Sand leisten. Ähm, ja. Experte der FPÖ hetzt gegen dreckige N-Wort. Der angeblich... Oh, er hat N-Wort gesagt. Warte mal, warte mal, dass wir Hautfarbe abgleichen. Darf er nicht? Darf er... Ah, nee, okay, ist zu hell. Sorry. ...Session Experte der FPÖ hetzt gegen dreckige N-Wort. Der angebliche Salafismus-Experte Irfan Peci, der im FPÖ-Video als Testimonial herangezogen wird, kennt sich in Sachen Terror tatsächlich aus. Der serbischstämmige 31-Jährige war Chef einer Propagandaabteilung von Al-Qaida. Wann hat er das gesagt mit, äh, Drex, N-G-E-R, N-I-G-E-R. Ehe er V-Mann für den deutschen Verfassungsschutz und Buchautor wurde. Auch Hasspredigen ist sein Metier. Dreckiger N-Wort schrieb er am 29. Juli 2019, wie er sprach, Nachricht in sein Handy. Und weiter über eine Straftat eines Serben. In Anführungszeichen, das war ein Dreckszigeuner. Auch so ein dreckiger H-Sohn. Genauso wie der andere Drecks-N-Wort. Und auf einmal sah jeder, was für ein ekelhafter Typ es... Das war eine private Nachricht von ihm. Oder hat er das öffentlich gesagt? Also es war eine private Nachricht von ihm, die geleakt wurde, soweit ich jetzt verstanden habe. Oder, keine Ahnung, man hat ihn dabei gehört, keine Ahnung. Was tatsächlich ist, wow. Hätte man ja auch gar nicht erwartet von jemandem, der sein Leben lang, sein gesamtes Leben lang gelogen hat. Äh, Privatnachricht über einen Kindermord. Ähm. Ist natürlich ein legitimes Gegenargument. Also nein, man sollte natürlich diese Sprache trotzdem nicht an den Tag legen. Das ist ja klar. Wenn es wirklich ein Kindermord war, dann finde ich rassistische Beleidigungen gegen Kindermörder, um ehrlich zu sein, halbwegs okay. Aber ja, nee. Also es muss nicht sein, es zeigt vielleicht ein Weltbild und so weiter. Ich würde aber deswegen nicht seine gesamte Arbeit legitimieren. Macht schon einen Unterschied, wenn man Kindermörder rassistisch beleidigt. Es ist, ich habe da etwas weniger, etwas mehr Verständnis dann für, dass man dann emotional gepackt ist und so weiter. Ich würde es trotzdem nicht machen. Es kann auch auf ein Weltbild schließen, alles klar. Aber ich verstehe, dass da eine gewisse emotionale Befangenheit da ist, die vielleicht dazu führt, dass man so eine Sprache dann an den Tag legt. Und das ist der ganze Punkt, den ich machen möchte. Und ich hoffe, das sollte auch für jeden verständlich sein. Ja, ja, ich habe mich ein bisschen zu Irfan Peci vorher schon beschäftigt. Auf Bord geworfen hat für einen kleinen Vorteil oder ein bisschen Anerkennung. Leute verpfiffen hat sein Leben lang von dem, was hätte man von dem erwartet? Dass er nicht sowas schreiben würde? Daraufhin ist er auf jeden Fall seinen Posten als Politikberater für Baden-Württemberg los geworden. Irfan Peci lässt sein Amt ruhen. Der Ex-Salafist und Politikberater Irfan Peci hat privat Hass-Tiraden über Migranten und Minderheiten verschickt. Nun ruht seine Mitgliedschaft in einem honorigen Gremium in Baden-Württemberg. Soweit ich weiß, nach Chat-Informationen jetzt hat er halt Straftäter und Kindermörder so bezeichnet. Wenn meine Chat-Angaben stimmen, wenn sie nicht stimmen, Schande über mein Haupt. Der Punkt ist nur, wir haben Unschuldsvermutung und deswegen nehme ich natürlich immer die quasi unschuldigste Interpretation oder Quelle. Ich gehe davon aus, dass das stimmt, damit ich ihm nicht das Schlimmste unterstelle. Das ist der Punkt. Bevor ich jetzt gleich wieder sage, ich lulldefende Irfan, tue ich nicht. Ich habe ja vorhin im Video auch ein paar Mal widersprochen. Ich widerspreche Ihnen an einigen grundlegenden Punkten. Arden-Württemberg. Und heute? Heute ist der komplett abgerutscht in die rechte Szene. So ist er zum Beispiel als Redner für die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pax Europa tätig, die in Bayern als verfassungsfeindlich eingestuft wird. Aber nicht nur das. Die haben dem 2022 sogar den Hildrud Kröter Freiheitspreis gegeben. Die haben den ausgezeichnet. Die Rechtspopulisten, die in Bayern als verfassungsfeindlich eingestuft worden sind. Der ist best friends mit denen. Aber nicht nur das, der umgibt sich auch mit Martin Sellner. Sellner und Ex-Al-Qaida-Mann planen islamfeindliche Kundgebungen in Wien. Vom Medienliebling zum antimuslimischen Agitator Irfan Pecci ist bei den rechtsextremen Identitären gelandet. Martin Sellner ist übrigens ein Typ, der... Soweit ich weiß, ist der sogar mit Sellner befreundet, was ich auch sehr kritisch sehe. Also Sellner sehe ich maximal kritisch. Mehrfachen Kontakt mit dem Christchurch-Attentäter Brandon Tarrant hatte und von dem finanziell gefördert worden ist. Und der Typ geht, wie wir gerade gehört haben, halt auch auf Kundgebungen und damit... So, Leute, jetzt kommt aber wieder der Punkt, ich sag's auch der Moderation mal Bescheid, falls jetzt wieder irgendwelche Verschwörungstheorien wegen dem Attentäter hier im Chat stehen. Die werden bitte alle gelöscht, weil sonst ist das wieder bei Bartonek im Stream und der sagt dann wieder, wir verbreiten hier Verschwörungstheorien. Wird alles gelöscht, okay? Gar nichts zu dem Thema schreiben. Ihr macht hier keine Theorien auf. Egal, ob ihr glaubt, Recht zu haben oder nicht. Habe ich mir tatsächlich einige angeschaut. Danke für den weiteren Forderung. Wo ich mit unzähligen Muslimen auf der Straße live, ja, diese Kundgebungen live übertragen, live diskutiert habe. Es gab keine Diskussion, wo ich sage, wo auch Zuschauer sagen, also neutrale Zuschauer sagen würden, hey, der Gegenpart, die Gegenseite hatte die stärkeren Argumente. Okay, schauen wir es uns an. Sofort Personalien aufnehmen, jetzt reicht's mir. Ja. Ich lass mich nicht bedungen, der hier. Ich will, dass die Personalien jetzt aufgenommen werden. Der schreckt in der Fußgängerzone rum, ein erwachsener Mann. Wissen wir denn, was er vorher gemacht hat? Er will, dass die Personalien aufgenommen werden. Wenn die Person ihn vorher angegriffen hat, ist das ein verständliches Verhalten. Der Kontext fehlt doch gänzlich. Wie wollen wir jetzt bewerten, ob das angemessen war oder nicht? Also... Ich weiß es nicht. War es angemessen? War es nicht angemessen? Ich kann es nicht bewerten. Er wurde hart belästigt. Naja, ich hab's auch bei den Kundgebungen ein paar Mal schon gesehen. Ich hab mir nur so ein paar Ausschnitte mal angeschaut. Ähm, auch wenn ich inhaltlich nicht zustimme. Die werden immer wieder angegriffen, was absolut nicht okay ist. Widersprechen ist super und großartig. Und ich finde viele Zeug, was ich sage, auch echt hart und teils problematisch. Aber... Das war doch so hart aus dem Kontext gerissen. Der wird bestimmt nicht... Also, ich halte es für unwahrscheinlich, dass der auf einmal zu einer Person auf der Straße hingegangen ist und jetzt gesagt hat, ey, der da, der Typ da, 20 Meter weg von mir, den ich noch nie gesehen hab. Ich will, dass jetzt die Personalien aufgenommen werden. Ich glaub nicht, dass das passiert ist. Wenn das passiert ist, äh, ja, Schande über mein Haupt. Nein, nur noch die Frage, dann kannst du... Ob, wenn ein islamisches Land besetzt wird, nicht islamisch regiert, ist die individuelle Pflicht für jeden Moslem zu kämpfen, bis es befreit wird. Wenn jetzt hier in Russland einmal stimmen würde, was wird dann hier Deutschland jetzt machen? Ich frage, die Frage. Ja, ihr könnt... Ja, ja, ihr könnt... Wenn es darum geht, sich zu blamieren, du hast ein Mie... Hä? Der hat doch gar nicht die Frage beantwortet, oder? Isers Talent. Ich lass mich hier nicht von... von... von Asylanten provozieren. Ja, und... und... wir dürfen provozieren. Wir dürfen provozieren. Aha, du bist als Asylant nach Deutschland gekommen. Du sagst, du lässt dich nicht von anderen Asylanten... Ja, es ist halt schon... es ist halt schon eine Sprache, die ich auch... ablehnen würde und selber nicht so an den Tag legen. Na, da stimme ich schon zu. Provozieren? Sagst aber, du darfst provozieren. Wie hoffnungslos ihr seid! Wie wenig Argumente ihr habt! Weil ihr nur den Mittelfinger zeigen könnt und sonst gar nichts. Hier, ich komm zu euch, dann könnt ihr mal ans Mikrofon reden. Doch, doch, genau zu dir komm ich jetzt. Genau zu dir mit dem Mittelfinger. Ach, da traust du dich nicht! Ah, jetzt rennst du weg! Ah, wieso rennst du weg? Ha? Wieso rennst du weg? Und jetzt haben dem... Hä? Warum hat er jetzt da verloren? Ah ja, offensichtlich. Ach so, ja gut. Da hat er verloren. Das war jetzt aber schon offensichtlich. Also, peinlich. Da hat sich Irrfan aber ordentlich blamiert. Kinder, Kinder haben den Mittelfinger gezeigt. Der rennt denen hinterher. Eigentlich ist das gar nicht lustig. Ja, das ist doch logisch, dass er die damit konfrontieren will mit ihrem Handeln. Ich weiß nicht, wo waren das Kinder? Keine Ahnung, ob es Kinder waren. Wo Kinder? Das ist gar nichts. Hier, ich komm zu euch. Dann könnt ihr mal ans Mikrofon reden. Doch, doch, geht. Also, ich erkenne keine Kinder. Also, wir können jetzt Maestro glauben, okay? Kinder. Kinder haben den Mittelfinger gezeigt. Der rennt denen hinterher. Eigentlich ist das gar nicht lustig. Digga, der... Das... Was wolltest du machen? Wolltest du dich kaputt schlagen? Aber nicht nur das. Auch seine Gewaltbereitschaft und vulgäre Sprache stellt er gerne öffentlich zur Schau. Nee, nur unterdrücken. Traust du dich? Traust du dich zu treffen? Traust du dich, in den Ring zu steigen? Traust du dich zu wachsen? Traust du dich nach Berlin oder Polizeischof? Nee, trau ich mich. Kommst du dann auch alleine an den Polizeischutz? Kommst du alleine? No, komm und wir sind schon mal weg. Okay, okay. Mann, wo? Du wirst sehen, wenn ich dich erwische. Du wirst sehen, wenn ich dich in den Händen halte, was ich mit dir machen werde. Wir werden sehen. Im Kontext von einem Boxkampf jetzt oder einfach so? Weil er hat ja gesagt, wir steigen in den Ring. Dann wäre es ja okay. Der V-Mann wird dir die Fresse polieren. Der V-Mann wird dir die Fresse polieren. Mann, du willst. Hey, ich wurde nicht mit Karotte vergewaltigt. Ich wurde nicht mit dem Hügel. Ich wurde nicht mit dem Hügel. Okay, also. Irfan, ich glaube, wir brauchen dich echt wieder in der Mitte. Irgendwie bei den Zentristen. Du hast, also. Ich bin nicht schuld, dass du das brauchst mit Karotte. Schau mal, was für ein Assikanacke du bist. Du verhängst dich wie der letzte Assikanacke. Du hast keine Mutter. Du bist ein kleines Funkelkind. Du bist ein kleines Funkelkind. Ja, okay, das ist tatsächlich so. Klick, klick, kenne ich deine Geschichte. Ich bin im Heim aufgewachsen. Ich werde dich zerfetzen. Du Hundesohn, ich werde dich zerfetzen. Ich müsste wissen, was Flair im Vorhinein gesagt hat. Wahrscheinlich war es auch nicht sonderlich nett, weil es Flair war. Halt deine Schnauze, du Bastard. Schick Adresse und du wirst sehen, was ich mir gemacht. Ich werde die Fresse einschlagen. Du Hundesohn, du Dreckiger. Er macht sich über Kinder. Ich würde gerne wissen, was Flair im Vorhinein gesagt hat. Lustig, die im Heim aufwachsen müssen. Lacht darüber, dass man vielleicht ohne Mutter oder Vater aufwächst. Und auch wenn es nicht passiert ist, lacht er über Potenzial. Flair war krass da drauf. Das kann ich natürlich nicht bewerten, aber das ist wichtig für den Kontext. Also der eine Front, der hat tatsächlich gesessen. Danach, ah, ne. Sexuelle Misshandlungen und beleidigt Eltern, droht mit Gewalt, zeigt offen seinen Rassismus. Und dieser Typ nimmt sich wirklich das Recht raus, Videos über... Darf er nicht, darf er nicht das Wort Kanake sagen? Also ich weiß nicht, aus welchem Land musst du kommen, damit du das als Beleidigung verwenden darfst. Weil ich meine, Irrfan ist ja auch nicht deutsch. Ist das dann okay? Keine Ahnung. Am Moral zu machen. Und wie soll man es anders erwarten? Natürlich lügt er weiter. Das ist doch in, in, in seinem Herzen drinne. Er kann nur nichts anderes. Seine Muttersprache ist Lügen. So wurde er zum Beispiel darauf angesprochen, warum er sich über die Erdbebenopfer in der Türkei lustig gemacht hat. Und er hat gesagt, hab ich nicht. Ich hab nicht mich über die Opfer lustig gemacht. Ich hab mich nicht gefreut. Ich hab nicht gesagt, dass es Gottes Strafe ist. Ich hab mich über die lustig gemacht, die, die Muslime, warte, die Muslime, die immer über die Ungläubigen lästern, ah, die Ungläubigen und wir sind die Stärksten, bla bla bla. Und dann aber, und auch gegen Deutschland, Deutschland feindlich sind. Und dann aber, wenn sie eine Naturkatastrophe oder eine andere Katastrophe trifft, dann sagen, ja, jetzt brauchen wir die Unterstützung und so weiter. Über diese Heuchelei, über diese Leute hab ich mich lustig gemacht. Zweitens, ich hab nicht gesagt, dass es Gottes Strafe ist, Gott bewahre. Hm, hast du wirklich nicht? Was? Würde mich jetzt interessieren. Gott bewahre. Ich kenn da noch so einen anderen, der gesagt hat, äh, Gott, Gott bewahre. Ich, Gott bewahre, ich wäre in Bettellaune. Gott bewahre, ich bin in Bettellaune. Lass mal reinschauen. Bei, äh, Stichwort Türkei, Erdbeben. Oh, Ungläubige Hilftung, es gibt uns Geld. Wir haben kein Geld. Wir können unsere Toten nicht bergen. Wir können unsere Verletzten nicht bergen. Wir haben keine, genug, wir haben nicht genug unreine Spürhunde. Um unsere Toten bilden wir Ungläubigen. Haut, 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 haut. Wir schaffen es nicht. Wir sind zu blöd. Häuser, Gebäude so zu errichten, dass sie Erdbeben sicher sind. Ja, weil einer hier schreibt, ja, Spendenaufruf. Ich mach keinen Spendenaufruf. Ich sag euch ganz ehrlich, gibt's Geld aus der islamischen Welt für irgendwelche Naturkatastrophen im Westen, in den USA oder in Europa oder was? Und kommt da irgendein Geld, irgendein Unterstützen und ihren Schlamass? Also zugegebenermaßen, ich finde die Aussagen auch sehr problematisch, die ihr hier trifft. Also bei aller, bei aller, bei aller Liebe, also, ich finde die Aussagen auch ziemlich ekelhaft, die ihr hier trifft. Ich finde es komisch, dass hier immer wieder geskippt wird zwar, aber, nee, das ist schon sehr problematisch, was er hier sagt. Auch wenn ich das Wort problematisch eigentlich schon gar nicht mehr in dem ernsten Kontext verwenden kann, das hier trifft's, das ist problematisch. Ausbaden, weil sie zu blöd sind, Gebäude zu errichten. Das ist auch ziemlich menschenfeindlich, wenn sie so, dass man das so formuliert. Was haben wir gelernt im Islam? Erdbeben sind doch von Gott, äh, Gott, Allah. Ach, ihr Fan, ich hab richtig Mitleid mit dir, weißt du das? Weil du bist wirklich, du bist wirklich verwirrt. Du hast einfach vergessen, dass du all diese Dinge öffentlich sagst und dass man dir easy nachgucken kann. Ich meine, du hast graue Haare, aber, also, hast du Alzheimer? Immerhin hat er Haare. Du kommst da hin, äh, wo kommst du? Komm, sag mal, welche Stadt, wo kommst du? Berlin. Berlin, ah, okay, und jetzt? Na, du hast ja gefragt, du politiert. Also, Bro, ernsthaft, mach wirklich einen Alzheimer-Test. Du hast gerade eine Frage gestellt, der beantwortet sie dir und du vergisst einfach, dass du die Frage gestellt hast und versuchst ihn. Das war tatsächlich ein lustiger Moment. ... damit zu fronten. Hast damit einfach die größte Blamage deiner Karriere. Darf ich mich über beide lustig machen? ... kassiert von irgendeinem random TikTok-Zuschauer oder was für eine Plattform das auch gewesen ist. Also, wenn ich mich so blamiert hätte im Internet, ich hätte nie wieder ein Video hochgeladen, wie du dich blamiert hast an dieser Stelle. Aber gut, jetzt haben wir herausgefunden, wer er ist. Das war wichtig, damit ihr für den weiteren Verlauf checkt. Also, jetzt geht's wirklich bergab. Komm, wir gehen mal auf dein Argument. Okay, Stand jetzt wurde es tatsächlich lustiger. Nein. Sein Argument Nummer 1, ich kann hier keine Live-Debatte führen. Ich kann ja nicht live reden. Aber er schon, weil er ist krass. Jede Diskussion hast du verloren. Anders hat dich den Erdboden gleich gemacht. Random Leute auf TikTok machen dich dem Erdboden gleich. Auf der Straße bist du nicht besser. Wenn ein islamisches Land besetzt wird, nicht islamisch regiert... Hä? Das hast du doch schon mal gezeigt. ...die individuelle Pflicht für jeden Moslem zu kämpfen, bis es befreit wird. Wenn jetzt hier in Russland einmarschen würde, was würde dann hier Deutschland jetzt machen? Ja, der Unterschied ist, Deutschland ist kein Stottesstaat. Deutschland ist nicht ein christlich regiertes Land. Verstehst du den Unterschied? Kein Gottesstaat. Zudem hat er nicht die Frage beantwortet. Die Frage. Die Frage. Ja. Ihr könnt... Ja, ja. Ihr könnt... Was war das für ein Argument? Wenn irgendein Land bei... Ja, antworte auf die Frage. Wenn dir in deinem Land einfällt, was macht ihr dann? Wärt ihr euch nicht? Ja, Bro, normal. Also... Also... Ist das dein Ernst? So führst du deine Debatten auf der Straße? Mit welchen Eiern sagst du im Internet, ich bin krass live, Bro? Du bist Müll. Christenregieren, CDU. Ja, genau. Genau. Also das ist ja kein... kein... kein christliches Ding, oder? Also... Es macht ja schon einen Unterschied, ob das eine Regierung entscheidet oder eine Religion. Das ist... Das ist eigentlich einfach ein Argument gegen Gottesstaat oder gegen... Wir schaffen das. Genau, wir schaffen das. Live. Ehrlich. Das ist kein Front. Du musst es dir eingestehen selber. Aber okay, wir gehen weiter auf deine Argumente ein. Punkt zwei. Ich habe keine Ahnung vom Islam. Er bringt mir den Islam bei. Dass du auch islamisch gesehen überhaupt kein Wissen hast. Okay, Maestro, Mastercard, jetzt bekommst du ein bisschen... Also jetzt bekommst du weitere Nachhilfe in deiner Religion, im Islam, über die du... von der du überhaupt keine Ahnung hast. Ich muss vorab sagen, ich sage immer, ich bin Jahil. Ich sage immer, ich bin unwissend. Das, was ich weiß und wo ich mir sicher bin, wo ich auch weiß, dass ich das ein bisschen mit sanfter Zunge und Weißheit rüberbringen kann, das mache ich. Du machst auf Experte, nicht ich. Agitator des Markts. Warum auch immer du mir folgst, ich dachte, wir hassen uns. Danke für den Follower. Aber wir haben ja vorhin gesehen, dass du absolut gar keine Ahnung vom Islam hast. Du kennst nicht mal einen Gelehrten, Bro. Nicht mal einen. Du hast dich blamiert, Bro. Wenn man dir etwas vorliest, weißt du nicht, ob das aus dem Koran kommt, aus der Bibel kommt oder aus der Bild am Sonntag. Das weißt du nicht. Aber es wird besser. Machen wir weiter. Du sagst, ich hätte behauptet, irgendjemand sei kein Muslim? Jeder, der sich zum Islam bekennt, ist Muslim und muss als Moslem auch... Ähm, kleine Anzeige hier in meinem Chat gerade. Das Wort AfD ist nicht geblacklistet und dafür werdet ihr auch nicht gelöscht. Ihr werdet nur gelöscht, wenn ihr, ohne dass ich euch danach frage, Werbung für die AfD macht. Oder spammt oder eure politische Haltung kundtut, Werbung für ein Produkt, ein Streamer, eine Partei macht. Das wird gelöscht. Nicht direkt gebannt oder getimeoutet, aber erstmal gelöscht. Ähm, behandelt werden. Und nur, wenn er etwas tut, was ihn aus dem Islam befördert, dann kann man darüber reden und sagen, ja, vielleicht ist er kein Moslem. Das heißt, du gehörst mit deinem Ausschluss des Attentäters aus dem Islam, gehörst du zu den sogenannten Tekfiris, Hawaric, also eine islamische Sekte, die übertreibt und Muslime aufgrund von Sünden aus dem Islam ausschließt. Hm, was habe ich in meinem Video gesagt? Ihr habt es mitbekommen, vor einigen Tagen gab es einen ekelhaften Vorfall in einer Kirche in Sydney. Dort wurde ein Bischof angegriffen. Und der Täter soll ein Muslim gewesen sein. Und aus der Sicht des Täters soll er das aus religiöser Überzeugung gemacht haben. Ich habe in der Vergangenheit zahlreiche Videos über den Islam und meinen Glauben gemacht. Und ich werde auch nicht müde, an dieser Stelle zu sagen, dass unser Glauben nicht für Morden steht, dass unser Glauben nicht für Gewalt steht. Ja, ich behaupte auch von mir Muslim zu sein. Ich habe nicht gesagt, er ist kein Muslim. Ich habe gesagt, da ist jemand, der sagt von sich selber, er sei Muslim. Ja, und deswegen bin ich ja in diesem Video... Sagt von sich selber impliziert, aber dass er das nur so sieht, oder? Sonst würde man ja sagen, er ist Muslim. Also wenn ich sage, ähm, Maestro sagt von sich selber, er soll Moslem und Rapper sein. Dann spreche ich ihm damit schon ein bisschen das Moslem und Rapper sein ab, oder? ...video drauf eingegangen, was der Islam uns lehrt, weil ich sagen wollte, das, was der gemacht hat, dieser Muslim repräsentiert nicht uns 2 Milliarden friedliche Muslime. Sonst hätte ich das Video ja an der Stelle beenden können, wenn ich sagen würde, der war ja gar kein Muslim. Dass du versuchst an dieser Stelle mit so einer simplen Sache, so das ist so das Basic von Basic, dass du mit dieser Info versuchst, bei deiner nichtwissenden Community, die eben noch weniger Ahnung vom Islam haben als du, zu punkten in... Schon ein bisschen, weil sonst würde man das nicht so ausdrücken. Das ergibt keinen Sinn zu sagen, sagt von sich selber, wenn es einfach so, wenn du es auch einfach ausdrücken könntest, ist ein Moslem gewesen. Also außer, er sagt von sich selber, dass er ein Moslem sein soll, ach komm. Nee, du zeigst, guck mal, ich belehre jetzt, Maestro, du hast dich lächerlich gemacht, Bruder. Jeder Muslim in Deutschland, der dich kennt, also alle 12, wissen, dass du Bluff bist. Bruder, die wissen, dass du Bluff bist. Die wissen, dass du keinerlei Ahnung hast. Dafür hast du dich schon zu oft blamiert. Das ist das Problem. Plus on top, ich bin nicht für den Tod von Menschen verantwortlich. Ich habe nicht mein Leben lang gelogen. Ich habe nicht 17 Mal friedliche Muslime. Sonst hätte ich das Video ja an der Stelle beenden können. Warte mal. Hä, Irfan hat gegen Terror gekämpft. Also der hat doch auch Menschen das Leben gerettet und nicht... Er ist doch nicht für den Tod von Menschen verantwortlich. Der war doch V-Mann für den Verfassungsschutz. Also hat er doch auch gegen Terror gekämpft. Das sollte man ihm doch anrechnen eigentlich. Können wir nicht sagen würde, der war ja gar kein Muslim, dass du versuchst an dieser Stelle mit so einer simplen Sache, so das ist so das Basic von Basic, dass du mit dieser Info versuchst, bei deiner nichtwissenden Community, die eben noch weniger Ahnung vom Islam haben als du, zu punkten, indem du zeigst, guck mal, ich belehre jetzt, Maestro, du hast dich lächerlich gemacht, Bruder. Jeder Muslim in Deutschland, der dich kennt, also alle 12, wissen, dass du Bluff bist. Bruder, die wissen, dass du Bluff bist. Die wissen, dass du keinerlei Ahnung hast. Dafür hast du dich schon zu oft blamiert. Das ist das Problem. Plus on top, ich bin nicht für den Tod von Menschen verantwortlich. Chat mit Moderatoren wird nicht diskutiert. Moderative Entscheidungen könnt ihr nicht anzweifeln. Ich habe nicht mein Leben lang gelogen. Ich habe nicht 17 Mal meine Identität gewechselt. Auf einmal war ich Dschihadist, dann war ich V-Mann, dann war ich Rechtspopulist. Bro, du bist fast alle Facetten durch. Du hast Muslim, bist jetzt Christ. Guck mal, ich sag dir was. Wenn du deine politische Ausrichtung auf links änderst und Jude wirst, Bruder, dann Triple A. Du hast alles durch. Du hast Leben komplett durchgespielt. Kannst dann hinterher... Was ist mit liberalem Buddhist oder fundamentalistischem Atheist? Geht gar nicht, aber egal. Behaupten, irgendwann war ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg in meinem Leben. So, du hast Backup-Plan gemacht. Aber bitte red kein Unsinn im Internet. Ich habe das Video zurückgespielt? Nein. Du hast da 5 Minuten monolog drüber gehalten, dass ich Takvide mache auf irgendwelche Leute oder sonst was. Dabei habe ich gar nicht bestritten, dass der Muslim ist. Ich habe das nur zusammengefasst. So Fakten zusammengetragen. Aber man merkt, dass es einfach bei dir nicht angekommen ist. Deine Aufmerksamkeitsspanne ist eben nicht so. Du, Maestro, zitierst nirgendwo irgendwas aus irgendeiner islamischen Quelle. Ja, das ist einfach nur so dein typisches Gelaber da im Keller. Ja, Leute, Islam ist Frieden und so weiter. Aber du kannst halt auf nichts Konkretes eingehen. Weder benutzt du irgendwelche Quellen oder irgendwelche Bücher oder sonst irgendwas. Ich habe kein einziges Zitat gefunden, aber gleichzeitig spielst du dich hier als islamisches Sprachrohr auf. Radikalisierte Moslems stützen sich auf Koran und Sunna und können alles schwarz auf weiß belegen. Aus diesem Grund mache ich das. Weil das im Koran steht. Weil das Mohammed gesagt hat. Weil das Mohammed Vorgehensweise war. Ja, das könnten aber extremistische Christen beispielsweise auch tun. Es gibt Stellen in der Bibel, die durchaus auch terroristisches Verhalten rechtfertigen könnten. Der Punkt ist nur, dass tun sie aktuell selten. Was einfach nur ein Fakt ist. Was bedeutet, dass christlicher Terrorismus aktuell kein Problem ist, aber prinzipiell werden könnte irgendwann oder schon mal gewesen ist. Wahr. Okay, Bro. Wie viele Videos von mir hast du gesehen? Wer ernsthaft deine Videos schaut, außer natürlich wie ich ab und zu zur Belustigung, ja, oder um mich selbst zu quälen, ja, als eine Art virtuelle Folterkammer, ähm, wer dich ernsthaft schaut, der muss tatsächlich die Kontrolle über sein Leben... Christentum basiert auf dem Neuen Testament, oder? Ähm, es kommt drauf an, ob du... Es gibt ja nicht Christentum im Sinne von, du hast eine Richtung, sondern du hast ja, ähm, du hast ja einmal die reformierte Version quasi, die basiert nur auf dem Ersten Testament und das Original. Quasi. Ich persönlich gehöre keiner davon an. Verloren haben. Du sagst ja selber, das ist eine Folter für dich, ja, dann guck doch nicht, du Vogel. Naja, wenn du ein Video dazu machst... Alter, guck doch meine Videos nicht, wenn sie dir nicht gefallen. Ach, wenn du sagst, du guckst sie, um dich selber zu bestrafen, wo... Also, das ist noch kranker. Okay, jetzt erzählt Hugo etwas Quatsch. Ne, stimmt doch, oder? Stimmt das nicht? Also, du hast ja, du hast ja katholisch und evangelisch. Das eine basiert doch nur auf dem Alten, äh, nur auf dem Neuen Testament und das andere auf beiden, soweit ich weiß. Und das eine ist reformiert und das andere nicht, soweit ich weiß, oder stimmt das nicht? Nein, nein, okay, dann habe ich Quatsch erzählt. Religionen sind doch nicht meins. Oder du sagst, du hast... Nein, überhaupt nicht. Großartig. Hä, wer hat mir dann den Quatsch erzählt? Falsch. Nein. Okay, hört auf durchzudrehen. Chat. Vollkommen falsch. Falsch. Nein, überhaupt nicht. Beides passiert auf der Bibel, Altes und Neues Testament. Moment. Okay, dann habe ich neulich... Oder alles falsch, äh... Oder alles, die falsch sagen, liegen falsch. Das könnte natürlich auch sein. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich bin actually der Einzige, der Religion richtig verstanden hat. Ich bin der Einzige, der es verstanden hat. Okay, hören wir auf damit. Du hast sie geguckt zum Recherchieren, was du hättest tun sollen, bevor du dich mit mir im Internet auseinandersetzt. Weil dann hättest du gemerkt, dass ich in vielen Videos viele Quellen, auch aus Koran, auch aus Sunnah schon geliefert habe. Aber für dich, mal ganz schnell, im Schnelldurchlauf, okay? Du sagst ja, Menschen hätten das Recht, zu behaupten, ich töte im Namen des Islams, weil unser Prophet Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam, in 27 Kriegen, Kriegen, Bro, nicht Streitgespräche auf der Straße, Krieg, 27 Stück. In all den 27 ist ein Mensch umgekommen, aufgrund unseres Propheten Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam. Ist immer noch zu viel, würde ich sagen, oder? Was für 99,9% der Menschen, die sich vor Augen führen, jemand war 27 Mal im Krieg ein Mensch... Keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Ja, gut. Ich mag keine Religion. ...ist durch ihn umgekommen, für 9... Also was, was, ja, einer ist gestorben, wegen den Propheten. ...90,9% der Menschen, würde das bedeuten, oh mein Gott, dieser Mensch wollte wirklich keinem was antun. Aber nein, du rechtfertigst es damit, dass du sagst, in 27 Kriegen ist ein Mensch durch ihn umgekommen, jetzt könnte irgendjemand in Australien irgendeinen Priester, ein Messer ins Auge rammen und dann rechtfertigen, damit ich folge der Sunder. Hör mal, bist du? Ja, also auch, also auch wenn du jetzt anfängst, hier christliche Stellen zu zitieren, Autsch, sorry, ich musste kurz mein Mikrofon neu einstecken, sorry, wenn das zu laut war. Also klar, wenn du anfängst, deinen christlichen Terrorismus mit Stellen aus der Bibel zu rechtfertigen, hat das schon irgendwas damit zu tun. Dann begründest du es darauf. Und dann ist es schon die Aufgabe von Christen, das Problem anzuerkennen und zu bekämpfen. Klar, sobald das ein Problem ist, das existiert. Hast du Lack gesoffen oder so? Wo ist da überhaupt auch nur ansatzweise die Logik dahinter, Bro? Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, du nennst gar keine Quellen. Du sagst, die können sich auf Quellen berufen. Du bist doch Islam-Experte. Islam-Experte, der nicht mal weiß, wie ein Gelehrter heißt. Egal. Aber du bist Experte. Sag mir doch, auf was berufen die sich. Kommst du mir jetzt mit Suche 2, Vers 191 an, dann werde ich dir sagen, das würde funktionieren, wenn du es verkürzt und dein Publikum darstellst, aber dann blamiere ich dich bis auf die Unterhosen im Internet, weil man muss nur ein bisschen weiterlesen. In dem Vers geht es um Selbstverteidigung und dort heißt es, dass man sich zur Wehr setzen darf und Menschen, wenn sie dich bekämpfen, auch zurückbekämpfen darf, aber man sofort aufhören soll, wenn sie aufhören, dich zu bekämpfen. Aber das lassen halt viele weg. Viele Hetzer lassen das weg. Welchen Vers meinte er jetzt gerade? Meinte er, den Hadif, wo geschrieben wird, wo geschrieben wird, der Tag des Gerichts wird nicht kommen, bis Muslime gegen Juden kämpfen und sie töten. Wenn der Jude sich hinter einem Stein oder Baum versteckt, die Steine und Bäume werden sagen, oh Muslim, oh Diener Allahs, ein Jude versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Ist das auch nur eine Antwort darauf, dass man sich verteidigen soll, wenn einen Juden mal wieder mit ihrer Anwesenheit angreifen? Ist das israelische Regierungskritik? Oh je. Wenn du dich selber offenbart hast, Lügner warst du sowieso schon, Manipulator sowieso schon, dass du Leute hintergangen hast, ist auch klar, dass du deine Identität wechselst wie deine Unterhose, ist auch klar, dass du illoyal bist, ist auch klar, dass du mittelbar Menschen auf dem Gewissen hast, ist auch klar, dass du gewaltbereit bist und vulgär bist und wahrscheinlich unerzogen, ist auch klar. Wahrscheinlich unerzogen. Maestro, übrigens, Maestro, der, der kann übrigens auch wahrscheinlich keine Schuhe binden. Wahrscheinlich, sag ich mal. Aber ein Hetzer bist du auch noch und ein Islamhasser offensichtlich auch. Was ist denn mit Sura 5, Vers 32? Oder was ist mit den zahlreichen Ahadiths, aus denen hervorgeht, dass unser Prophet Muhammad sein Leben lang, außer halt in diesen Kriegssituationen, noch nie eine Hand erhoben hat, weder gegen ein Tier, noch gegen eine Frau, noch gegen einen Mann, noch gegen ein Kind, noch gegen sonst irgend wem? Was ist, wenn ihn eine Frau in einem euphorischen Tonfall danach gebeten hat? Weil, das hat uns mal ein weißer Mann erklärt, Frauen soll man nicht schlagen, außer wenn sie einen in einem euphorischen Tonfall darum bitten. So. Hat er das dann auch nicht gemacht? Was ist ein Frauenhasser? Sahih al-Bukhari, 2653. Der Prophet, sallallahu aleyhi wa sallam, wurde über die größten Sünden gefragt. Und er sagte, es sind die Beigesellung Allahs, also Schirk, das ungütig sein gegen die Eltern, die Tötung eines Menschen und das falsche Zeugnis. Oder Sahih al-Bukhari, 3005. Farid Beng. Ja, ich sag doch, ein weißer Philosoph. 15. Wo nach einer Schlacht festgestellt worden ist, da war auch eine Frau in dieser Schlacht und sie wurde da leblos gefunden. Und der Gesandte Allah, sallallahu aleyhi wa sallam, verbot das Töten von Frauen und Kindern. Hört sich nicht so an, als ob ich nicht mit irgendwelchen Quellen und Beweisen kommen könnte, aus Koran und Sunnah. Wobei du mit Platzpatronen geschossen hast. Du hast gesagt, na, der kommt mir gar nicht mit Quellen. So und so und so und so und so und so und so. Hast keine Quellen genannt. Sinnlos. Wenn ich jemandem den Vorwurf mache, keine Quellen zu nennen, dann würde ich Quellen nennen. Oder ich würde den Vorwurf gar nicht machen, weil das, was er sagt, sich ja nachvollziehen lässt und online nachsehen lässt. Also, was hast du versucht? Du hättest dir doch darüber bewusst sein müssen, dass, wenn dein Video online geht, du eins, vielleicht maximal zwei Tage hast, wo du das bisschen Ruhm genießen kannst, aber danach kommt eben dieses Video. Also, bis jetzt? Ich weiß nicht. Das Video ist nicht super schlecht, aber... Ja. Ja. Habe ich bis jetzt noch nicht direkt mitbekommen. Das fehlt mir bis jetzt noch ein bisschen. Und die werden die Hosen runtergezogen. Und die Leute sehen, was für ein... Öh. ...deinen... ...Leberfleck, du an... Haha, er meinte, guck mal, er implizierte kleinen Penis, aber das ist lustig, weil er jetzt Leberfleck sagt. Ganz ehrlich, diese überhebliche Art von Irrfahn ist lustiger. ...on deinem Oberschenkel hast. Mein lieber Irrfahn. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. Hier kritisierst du, dass Menschen sagen, dass man Dinge, die man im Koran liest, dass man die manchmal im Kontext lesen muss. Dass man nicht einfach alles wortwörtlich nehmen kann. Und du sagst, doch, wörtlich nehmen. Und sie nur, im Gegensatz zu euch, wortwörtlich nehmen. Ja, sie machen keine Akrobatik und Salto, sondern da steht so und so gilt es dann. Ja, und ihr müsst... Ja, also es ist ja im Christentum durchaus auch so. Immer dann, ja, aber das kann man auch so und so und so und so verstehen. Und ja, aber das Wort, wenn man das 20 Mal umdreht, dann kann das auch was anderes bedeuten. Und so weiter. Und so redet ihr euch das schön. Während diese Leute sagen, so steht es und so wird es gemacht. Aber selber hast du Folgendes gesagt. Schau mal, das hast du auch letztes Mal gemacht. Du nimmst etwas, zum Beispiel jetzt in der Bibel, wird eine Geschichte erzählt. Es geht darum, zum Beispiel, äh, die... Das macht ja einen Unterschied. Teilweise werden Geschichten erzählt und teilweise werden quasi Gesetze, Regeln aufgelistet. Das existiert beides. Habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Ihr habt einen Klick gegen die geführt. Zum Beispiel das vorhin klang jetzt eher wie eine Geschichte. Das macht aber einen Unterschied. Wenn dort steht, dann hat der gesagt, bringt den vor mir, schlachtet den ab und so weiter. Dann ist das in diesem Zusammenhang zu betrachten. Ja, und wie gesagt, es ist halt auch im Kontext zu betrachten, dass man eben sagt, der Tag des Gerichts wird nicht kommen, bis der Muslim gegen die Juden kämpft und sie tötet. Also das ist halt auch, muss man den richtigen Kontext verstehen. Es war halt wirklich nur im Kontext einer Geschichte. Was ist eigentlich, wenn, ich finde, wenn du so anfängst, kannst du eigentlich auch sagen, ja, diese Sprachnachricht, wo er, wo er Menschen hier rassistisch beleidigt hat, das muss man schon auch im Kontext sehen, dass das Kinder Mörder waren. Ich finde, da ist der Kontext dann durchaus auch relevant. Ich finde, dass du oft mal mit zweierlei Maß misst, misst du zu Hause, wenn du ein Lineal hast, auch immer mit zweierlei Maß. Normalerweise benutzt du ein Lineal, wo man sieht, 20 cm ist das und manchmal ist bei dir 20 cm wahrscheinlich auch das. Aber mal eine andere Frage. Wenn man deiner Logik folgen würde, müsste man ja auch folgendes wörtlich nehmen. Das Buch Ezekiel, Kapitel 9, Vers 6. Wie gesagt, du kannst auch so brutale Sachen aus der Bibel ableiten. Würde ich niemals abstreiten. In meinem Heiligtum, da begannen sie bei den Ältesten, die vor dem Tempel standen. Er sagte zu ihnen, macht den Tempel unrein, füllt seine Höfe mit Erschlagenen, dann geht hinaus und schlagt in der Stadt zu. Oder aus den Psalmen, Kapitel 137, Vers 8. Naja, come on. Das ist jetzt aber keine direkte Gewaltandrohung. Das ist so ein Todeswunsch. Ja. Als nur einer Person gegenüber. Im christlichen Glauben gibt es keine Rache. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am... Aber wer hat das gesagt? ...ein Felsen zerschmettert. Und ich sag's euch direkt vorweg, das Argument wird kommen. Das ist das Alte Testament, wir haben ein Neues Testament. Gut, gucken wir uns das Neue Testament an. Das Evangelium nach Matthäus ist das erste... Evangelium. Hä, hatte ich nicht doch kein Offrecht? Okay, hör wir auf. ...vier Evangelien im Neuen Testament. Und dort heißt es in Matthäus 10, 34, denk nicht, ich sei gekommen... Der Punkt ist, daran hält sich keiner. Und das setzt keiner um. Und daraus konstruieren... Warum kracht mein Mikrofon auf einmal? Was ist da los? Naja, never mind. Das Problem ist halt, daraus konstruiert niemand einen Terrorismus, der dazu führt, dass Leute sterben. Niemand bezieht sich darauf und macht jetzt christlichen Terrorismus. Das ist der einzige Punkt, der den Unterschied bildet. Um Frieden auf die Erde zu bringen? Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. So Irrfan, nimmst du das jetzt auch wörtlich? Sagst du jetzt auch, das Neue Testament ist nicht des Friedenswillens gekommen, sondern um das Schwert zu bringen, also um Krieg, Tod und Leid zu bringen? Heißt es jetzt, dass jeder Christ raubt... Chat, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass manche meiner Sätze nicht ernst gemeint sind. ...ausgehen kann und Väter, Mütter, Schwiegertöchter, Schwiegermütter mit dem Schwert oder mit irgendeinem anderen scharfen Messer mit einer Klinge oder sonst was abstechen darf? Lukas Buch 19, 27 Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Selbst wenn du jetzt einen Christen hättest, der einen Anschlag verübt... ...dann, und der das darauf beziehen würde, wäre das ein Problem. Wenn das jetzt viele Christen oder einige Christen anfangen würden, Anschläge zu machen und das darauf zu beziehen, wäre das ein Problem, was das Christentum nicht verleugnen dürfte und wovon sich das Christentum klar distanzieren müsste. Die müssen das Problem anerkennen und dagegen halten. Das ist ganz klar. Kann er sich nicht auf einen legitimen... Doch kann er. Doch kann er, natürlich kann er das. ...christlichen Text stützen, um seine Gewalt zu rechtfertigen. Habe ich ja von Anfang an gesagt, dem stimme ich nicht zu. Ist klar. Aber was sollen wir auch von einem Irrfarm-Petje erwarten? Sollen wir wirklich erwarten, dass er hier A sagt und hier nochmal A? Nein! Bro, der lügt sein Leben lang. Natürlich sagt er hier A und hier B, weil wenn es gerade in seine Argumentationskette passt, dann nutzt er das so. Und wenn jemand ein anderes Wort benutzt, wie zum Beispiel Euphemismus, was ein simples Wort ist, Bro, was man in der siebten, achten Klasse schon benutzt, dann ist es für ihn so fremd, dass er sich denkt, krass, was ist das für ein Wort? Ha, der hat das bestimmt neu gelernt und ist stolz drauf und er erwähnt das in seinem Video. Was heißt daneben verhält? Das ist Euphem... Anders als das Wort Sozius. Okay, haben wir auf. Femismus, Lisa... Das war Jesus. Wir können... Wir können jetzt nicht die Erfehlung von Jesus hier, ähm, Majestro vorwerfen, aber es war so ähnlich. ...mensch ist ein brutaler Mörder. Oh, da hat jemand ein neues Fremdwort gelernt, welches er unbedingt in sein neues Video einbauen wollte, um zu zeigen, ich kann es, ich verstehe, ich weiß, was das heißt. Also, wie armselig willst du sein, Bro? Also, ganz ehrlich, wenn ich dir einen Tipp geben darf, lies ab und zu mal den Duden. Dann wirst du merken, dass die meisten Worte, die ich nutze, dass die gar nicht so besonders sind und eigentlich zum normalen Sprachgebrauch zählen. Aber für dich, ich glaub dir, dass das besonders ist für dich. Und jetzt kommen wir zu einem richtig krassen Argument. Und zwar sagt ihr Fan, hey, bist du ein Kleinkind, warum liest du ab? Und bei solchen oberflächlichen Analysen, die ich im Kindergartenalter schon besser durchgeführt hätte als du, selbst... Aber diese überhebliche Art ist doch gut. Lass sie doch, das ist funny. Selbst dabei musst du die ganze Zeit ablesen, wie dein Blick nach rechts die ganze Zeit verrät, um solche einfachen Sätze. Kannst du die nicht frei herausformulieren? Kannst du nicht frei herausreden? Warum musst du alles skripten und das dann noch vorlesen, wie dein Blick nach rechts auch verrät? Also ihr Fan, ich schätze es sehr, dass du denkst, dass wenn ich einmal so mache, dass ich Sätze lesen könnte, die ich dann vortrage. Normalerweise musst du schon länger irgendwo hingucken, um was zu lesen. Aber jetzt frage ich dich mal was anderes. Ich gucke ja ab und zu nach rechts, ab und zu nach links. Denkst du, ich tapeziere meine Skripte an meine Wand? Ja, ich schreib... Ich packe mir aber tatsächlich mein Skript auch manchmal auf mehrere Monitore. Also das ist gar nicht so ein schlechter Punkt. Mache ich tatsächlich. Stichpunkte natürlich vorher auf, aber ich merke sie mir halt, weil ich habe ein paar Gehirnzellen mehr wie du offensichtlich, weil ich glaube, das ist auch keine besondere Kunst. Also ich flex jetzt nicht damit, dass ich sage, ich kann mir fünf Stichpunkte merken, aber offensichtlich kannst du es dir aber nicht merken. Für dich ist es so eine Glanzleistung, dass du sagst, guck mal, ich mache meine Videos freischnauze. Bro, man hört raus, dass du deine Videos... Ähm... Da hat er aber recht, der muss bestimmt länger schauen, um lesen zu können. Ja, ich weiß auch nicht, ob er es gerade besser gemacht hat damit, dass er sagt, ja, ich brauche actually viel länger zum Lesen. Freischnauze machst. Mach mal bitte ein Skript vorher. Und nein, ich lese natürlich nicht ab, sondern manchmal, wenn man überlegt, fährt man mit den Augen nach links oder rechts. Oder liest du auch ab. Braune Kapuzineaffen durchstreifen den Dschungel und fressen so gut wie alles, was sie in die Finger bekommen. Egal ob Blumen... Hä? Was ist das für ein Sound da runter? Blumen, Insekten, Früchte oder sogar kleine... Hä? Das ist das reinste Comedy. Ehrlich. Was ihr Fahrend im Internet abzieht, wenn es nicht so... Ja, gut. Punkt für dich. Traurig und eigentlich auch so ekelhaft. Warum auch immer. Also erstens war der viel kürzer geguckt und zweitens war es nicht immer in die gleiche Richtung. Wäre, dass er Leute in den Dschihad geschickt hat, Leute kaputt geschlagen hat, irgendwo eingebrochenes Raubüberfälle gemacht hat, Leute massenhaft angelogen hat, hintergangen hat, wenn all das nicht zutreffen würde, wenn er nicht online über die Todesopfer des Erdbebens in der Türkei auslachen würde, dann würde... Das war tatsächlich eklig. Würde ich schon sagen, bei Nightwash, Auftritt wird gehen. Während die muslimischen Attentäter bekennende, praktizierende, gläubige, wissende Muslime waren, die aus dieser Motivation heraus gehandelt haben. Lustig. Du hast Leute auch zum Töten von Nichtgläubigen nach Syrien geschickt. Offensichtlich hast du den Islam nicht studiert. Du kennst offensichtlich nichts. Damit hast du... Naja, er hat sich ja davon distanziert. Er weiß ja jetzt, dass es falsch war. ... mir selber einen Knockout gegeben. Du, der eben Dschihadist war, der Leute ins Ausland geschickt hat zu einem Selbstmordkommando, du setzt dich ins Internet, sagst jetzt, ich habe damit aufgehört, ich bin jetzt reingewaschen. Bro, du bist nicht reingewaschen. Ich und circa zwei Milliarden andere Muslime haben das eben nicht getan. Die versuchst du zu diffamieren, der der es getan hat und checkst dabei nicht mal deinen... Naja, er ist ja... Er hat ja die Seiten gewechselt. Das ist ja wohl ziemlich klar. Eine Doppelmoral. Und deine Zombie-Follower so, ja man, du hast es ihm richtig gegeben. Und jetzt kommt was richtig Schönes. Er sagt, guck mal, der hat 255.000 Abos. Hättest du, du hast zwar über 250.000 Abonnenten, aber die Aufrufzahlen einiger deiner Videos... Das war tatsächlich loch. ... lassen zweifeln, ob das mit den Abonnenten, ob das tatsächlich Abonnenten sind. Und sagt, guck mal, manche Videos machen wenig Klicks. Ja, Bro, ich habe 35 Videos zu der Thematik Palästina gemacht. Mach absichtlich Videos... Oh nein. Ja, okay. Okay, damit schließt er sich selber ins Bein zu der Thematik Palästina. Was auch immer das sein soll. Zu welcher Thematik? Was soll ein Palästina genau sein? Was ist einst Palästina? Ist es ein soziales Konstrukt? Ich glaube schon. Wo ich weiß, sie werden runtergedrosselt, weil das für mich eben wichtiger ist für meinen moralischen Kompass. Aber weißt du... Die werden von den Juden runtergedrosselt. Okay, haben wir auch gehört. Was ich kann. Ich kann zum Beispiel einfach eine Roomtour machen. Oder ich kann mir einfach ein bisschen von der Seele reden. Und über 100.000 Menschen gucken mir dann zu. Weil irgendwo die Menschen einen Bezug zu mir haben und ich interessant für die Menschen bin. Oder ich mache das noch besser. Ich packe sogar noch Entertainment mit da rein. Und dann gucken mir... Ich packe sogar noch Entertainment mit da rein. Mach das doch häufiger. Pack ein bisschen von diesem Entertainment da rein. Mehrere hunderttausend Menschen zu. Und jetzt überleg dir mal, stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit. Du hast sowohl die Kontakte als auch die Möglichkeit, solche Formate zu bringen. Regelmäßig. Und du machst es nicht. Weil dir lieber Palästina wichtiger ist. oder andere politische Themen. Ach, ich habe vergessen. Du, du würdest alles dafür tun, um nur ein so ein Video hinzukriegen. Du würdest alles dafür tun und je... Mit jedem Video zu Nicht-Palästina wären Menschen geholfen. Jeden Tag diese Videos rausballern. Du hast es bewiesen. Für Anerkennung hast du Leute in den Dschihad geschickt. Dann für ein bisschen Geld, damit du deinen Arsch aus dem Knast rettest, warst du V-Mann. Dann, wo das nicht mehr war, bist du auch denen in den Rücken gefallen. Jetzt bist du auf YouTube. Du bist einfach eine gescheiterte Existenz. Du diskutierst gerade mit jemandem, der Moralvorstellungen hat, der Wertevorstellungen hat und sich genau danach auch orientiert und meine Leute, die Community und auch andere Communities und unbeteiligte Dritte checken das und sehen das. Leute, die mich sogar nicht mögen... Ja, ich fand das den Punkt mit den Abonnenten tatsächlich schlecht. Ich hatte es eher als Front aufgefasst. Aber ja, also ich weiß nicht, was jetzt hier der krasse Punkt sein soll. Jeden würden sagen, ja, stimmt. Man sieht, er hat diese Videos gemacht. Er kann sie auch weiter machen, macht sie aber nicht. Warum macht er sie nicht? Bro, ich folge meiner Überzeugung, du folgst Geld und Anerkennung und Ruhm und hast das sogar offenbart hier. Du sagst, warum machen ein paar Videos so wenig Klicks? Was juckt es dich, Digga? Und wenn ich will, mache ich morgen ein Video mit fünf Klicks. Und dann? Aber wenn Leute mich auf der Straße sehen, wollen sie mich halt nicht bespucken. Das ist ein Privileg. Aber wir machen weiter. Denn er hat noch ein paar coole Argumente, auf die ich eingehen möchte. Er sagt, jeder, der sich kritisch gegenüber dem Islam äußert, ist in Lebensgefahr. Ich sage, Quatsch, was laberst du für einen Scheiß? Und seine Antwort drauf ist folgendes. Jeder, der sich kritisch über den Islam äußert, muss damit rechnen, dass er umgebracht wird. Was natürlich kompletter Quatsch ist. Also den Widerspruch wirst du wahrscheinlich auch nicht erkannt haben. Du redest in diesem Video, wo du über mich redest. Erzählst du selbst von einem Fall, in dem ein radikalisierter Moslem einen Bischof in Australien angegriffen hat und versucht hat umzubringen aufgrund seiner Islamkritik. Okay, nicht jeder, weil es gab ein paar, die nicht umgebracht wurden oder auf die kein Anschlag verübt wurde. Also befürchten muss man es ja nicht nur, wenn schon ein Anschlag verübt wurde oder versucht wurde. Das kann man ja auch davor schon fürchten müssen. Und gleichzeitig im selben Video, in dem du selbst solch einen realen Fall anführst, sagst du, nö Quatsch, stimmt nicht. Ja, wie so ein bockiges Kleinkind. Checkst du diesen Widerspruch nicht? Checkst du nicht, dass du in deinem eigenen Video den Gegenbeweis geliefert hast? Bro, du hast wirklich keine Ahnung von Logik. Da ist eine Sache passiert. Du sagst deswegen, jeder, der sich dazu kritisch äußert, ist in Lebensgefahr und ich sage, da ist es offensichtlich passiert. Gefahr ist aber nicht, wenn es in 100% der Fälle passiert. Das ist nicht, was wir Gefahr nennen. Aber das ist nicht der Regelfall. Und du selber sagst in deinem Video... Gefahr ist auch nicht nur der Regelfall. Schnallst du dich im Auto auch nicht an, weil im Regelfall passiert kein Unfall? Regelfall? Also befürchten muss man Sachen nur, wenn es auch der Regelfall ist. Habe ich das gerade richtig verstanden? Video folgendes. Und nur, weil es auch mal Ausnahmen gibt, heißt das nicht, dass es die Regel ist. Ja, wie man so schön sagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber in eurem Whataboutism bringt ihr immer Ausnahmefälle und führt sie an um die Regel. Ja, sagt ja auch niemand, dass das beispielsweise keine Gefahr ist, die existieren kann. Zu brechen, beziehungsweise... Das Rechts... Also ich würde nie verleugnen, dass es auch ein Problem ist, dass Extremisten, Rechtsextremisten zum Beispiel, Muslime angreifen. Würde ich niemals verleugnen, dass das eine Gefahr ist. ...weigerweise zu widerlegen. Aber hast du das System nicht gecheckt? Denn du willst gerade sagen, dass das passiert ist, ist ein Argument für dich? Okay. Wie viele Menschen haben sich in Deutschland gegenüber dem Islam kritisch geäußert? Hunderttausende. Was macht die AfD? Jeden Tag AfD-Politiker. Irgendwelche Influencer, die sich über den Islam lustig machen in den sozialen Netzwerken. Die gehen ganz normal weiter Eis essen und die gehen ganz normal nach ihrem Tagesgeschäft nach. Es ist eben nicht der Regelfall, dass dir was passiert, wenn du dich kritisch äußerst. Du nimmst jetzt Einzelfälle und versuchst damit, die Regel zu konstruieren. Und hast aber vorhin das kritisiert. Ja, aber das war low. Also da muss ich zustimmen. Der Satz, der hier mit dem Regelfall, der ist ein Widerspruch. Den würde ich nicht so bringen. Jetzt, merkst du es eigentlich noch? Ehrlich, checkst du es? Ich glaube nicht. Aber wenn, guck mal jetzt, ich richte mich wirklich an die Menschen aus deinem Umfeld. Wenn du jemand bist, der Irrfand privat kennt, bitte hilf ihm. Bitte geh zu ihm und versuch ihm das zu erklären. Ja, vielleicht Martin Zellner oder so. Weil der blamiert sich jeden Tag im Netz. Das ist... Ah, ich weiß nicht. In dieser Auseinandersetzung, ah, nee, ist schwierig. Ich kann nicht sagen, dass sich Irrfand hier blamiert hat. Das ist nicht schön. Ich meine, ich habe wirklich, ich habe Mitleid mit ihm. Ich habe doch auch ein Herz. Ich denke doch auch, der arme Alter, der checkt nicht, dass er sich selber blamiert und dass seine Argumente keinen Sinn machen. Auch zum Beispiel folgendes. Dadurch, dass unser Glaube auf Arabisch offenbart wurde, nutzen wir natürlich Menschen, die praktizieren Wörter, an denen man erkennt, dass jemand praktiziert. Okay, Maestro Mastercard, jetzt bekommst du ein bisschen, also jetzt bekommst du weitere Nachhilfe in deiner Religion, im Islam, über die du, von der du überhaupt keine Ahnung hast. Der Glaube... Diese Überheblichkeit, es ist großartig. Der islamische Glaube wurde nicht auf Arabisch offenbart. Also jetzt hast du dich komplett blamiert mit dieser Aussage. Denn laut Islam hat der Islam nicht mit Mohammed angefangen. Der richtig wäre zu sagen, der Koran wurde auf Arabisch offenbart. Der Islam als Glaube, laut islamischer Sicht, nicht laut meiner Sicht und aus der christlichen Sicht, sondern laut islamischer Sicht, fing der Glaube schon bei Adam an. Der Koran wurde auf Arabisch offenbart. Ja, natürlich kommt Islam von Eslama. Das heißt, sich niederwerfen, sich hingeben. Dankeschön für diese Erklärung. Das, was man als Basic des Basics am Anfang sofort lernt. Achso, ich dachte, er kennt nicht mal Basic von Basic. Das hast du vorhin gesagt. Maestro. Was jetzt? Man sich ein bisschen mit der Religion auseinandersetzt. Aber der Punkt ist, es hat doch gar nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, in dem Punkt, dass du einen Muslim heutzutage an seiner Sprachart schon sofort erkennst. Weil er Wörter wie Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, solche Sachen benutzt. Weil eben der Koran auf Arabisch überliefert worden ist. Und die arabische Schrift eine zentrale Rolle im Praktizieren des Islams darstellt. Und du kommst mir an mit Das stimmt doch gar nicht. Die Propheten vorher waren ja nach eurer Ansicht auch Muslim, ja waren sie. Aber das war eine hebräische Schrift. Ich rede ja über den Koran, der alle Bücher davor abgelöst hat. Die wir übrigens auch Okay, also sind die davor gar nicht mehr relevant? Auch als von Gott herabgesandt betrachten. Nur, dass Nur, dass man die nicht mehr zitiert dann, sozusagen. Dass die halt nach unserer Anschauung verfälscht worden sind. Aber du hast wieder mal gezeigt, dass du absolut keine Ahnung hast, Bro. Du findest irgendwas, du denkst, du hast was gefunden. Boah, hast da ein bisschen nach. Gibst ein bisschen Halbwissen. Dann kriegst du einen billigen Applaus von deiner Community, weil die eben noch weniger checken als du. Und dann denkst du dir zu Hause, boah, ja, jetzt habe ich was geschafft. Dabei hast du dich wieder blamiert. Genauso wie die Thematik, dass ich ein T-Shirt habe, wo Givenchy draufsteht. Eine Frage an der Stelle, Maestro Mastercard. Wieso trägst du eigentlich ein Givenchy T-Shirt für 450 Euro? Welche Komplexe willst du eigentlich damit kompensieren? Und nächste Frage. Als gläubiger, praktizierender Muslim, wieso gibst du 450 Euro dafür aus, dass der Name eines bekennenden Homosexuellen, der bis zu seinem Tod mit seinem Partner Philippe Venet zusammen war. Ja? Also was gibt dir das? Du schaust einmal drauf, oh, Givenchy. Oh, der tolle, der tolle Hubert de Givenchy. Warum braucht man sowas? Also mit Homosexuellen ist tatsächlich wahrscheinlich ihm egal. Klar. Als strenger Moslem ist das, wenn du dich nach den Schriften richtest, ein Problem. Aber auch als Christ zugegebenermaßen. Also wenn du Homosexueller bist und das auslebst, ist das auch im Christentum. Nicht. Nach der Bibel nicht in Ordnung. Für die meisten Christen schon. Gleichzeitig einer Religion angehört, die die Todesstrafe für Homosexuelle vorsieht. Ja, ist mir doch egal, ob der Homosexuelle ist. Erstens, dieses T-Shirt ist über vier Jahre alt. Das habe ich damals gekauft zu meinem ersten Musikvideodreh und ich habe keine 450 dafür bezahlt. War runtergesetzt. Bei Bräuninger habe ich das geholt. Und? Soll ich das jetzt verbrennen? Hä? Guck, du hast alle meine Videos auf dem Kanal, kannst du sehen. Guck mal nach, wie oft ich Markenkleidung trage. Und noch viel wichtiger ist, dass mich... Gott ist queer. Okay, dann. ...die sexuelle Ausrichtung von anderen Leuten nicht interessiert. Und wenn jemand deine Sünde begeht, dann ist es für mich sogar verboten, seine Sünde offen zu legen. Also juckt es mich gar nicht, ob der Hersteller eines Artikels schwul ist oder nicht. Aber dich würde es ja offensichtlich stören. Weil sonst hättest du diesen... Aber eine Sünde ist es schon, oder was? Gott ist tot. Das halte ich für gewagt. Punkt, der hat gar nicht gebracht. Das heißt, du... Weil tot würde bedeuten, dass er mal gelebt hat. Weil sonst kann man auch nicht tot sein. Und das ist erstmal so eine gewagte These. Du wolltest mich bloßstellen und hast einfach nur wieder mal bewiesen, wie ekelhaft du bist. Und so kommen wir auch zum Ende. Du sagst zum Beispiel noch Sachen wie folgendes. Ähm, das hängt wohl damit zusammen, dass von 100 solcher Amokläufe 95 man einer gewissen Ideologie, einer bestimmten Ideologie äh, zuschreiben kann. Nämlich der islamistischen Ideologie. Und man dann rein statistisch davon ausgehen kann, ja, wenn du jetzt 10 Mal von Amokläufen hörst, es war 10 Mal war es ein radikalisierter Moslem, dann wirst du auch beim 11. Mal wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Täter wieder ein radikaler Moslem ist. Und versuch es damit zu legitimieren, dass dein Rassismus eher statistische Hintergründe hat. Aber es bleibt Rassismus. Man kann es... Nein. Rassismus wäre es, wenn ich jedem Moslem unterstelle oder jedem... Keine Ahnung, sagen wir jeder Person, die so aussieht, als würde ich aus dem muslimischen Land kommen. Wenn ich jedem davon unterstellen würde, ein Islamist, ein terroristischer Islamist zu sein, dann wäre es Rassismus. Wenn ich jedem Amokläufer unterstelle, dass er Islamist ist, dann unterstelle ich jedem Amokläufer ein Motiv. Das ist etwas anderes, als wenn ich Menschen, die keine Amokläufer sind, unterstelle, Amokläufer zu sein. Ich unterstelle per Definition damit nur ein bestimmtes Motiv. Nicht unschuldigen Menschen, sondern Menschen, die bereits schuldig sind. Ich schreibe schuldigen ein bestimmtes Motiv damit vor. Das ist ein Unterschied. Das ist ein großer, großer, wichtiger Unterschied. ...vollziehen. Dieses Schubladendenken, was ja jeder hat, ändert aber nichts daran, dass es falsch ist. Wenn jemand zehn Ehefrauen hatte und jede von ihnen hat ihn betrogen, dann ist es vielleicht nachvollziehbar, dass man denkt, dass... Nein, nein. Okay, warte, 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 warte. Nein. Man unterstellt damit nämlich Ehefrauen, die nicht betrügen, zu betrügen. Wenn ich zehn Ehefrauen hatte und jede davon hat mich mit dem Gärtner betrogen und ich höre, dass die nächste mich wieder betrogen hat, dann ist die Unterstellung, dass sie es mit dem Gärtner getan hat. Wobei es nochmal was anderes ist, weil ich hier dem Gärtner was unterstelle. Aber ihr versteht den Punkt. Menschen, die bereits definitiv schuldig sind, wird hier ein anderes Motiv unterstellt. die Elfte vielleicht auch einen betrügen wird. Aber trotzdem ist es gegenüber dieser Elften Frau unfair. Und das ist immer noch... Okay, ich war auf, den Gärtner herzustellen. Falsch. Du checkst offensichtlich nicht, dass... In diesem Fall ist es ja kein Rassismus, sondern eher Diskriminierung. Klempner. Okay, dann war es halt der Klempner. Dass du an dieser Stelle versuchst, Diskriminierung zu relativieren. Ist auch zu... Nein, das ist keine Diskriminierung, wenn ich... Ja, die schlimme Diskriminierung von... Von... Ähm... Von den guten Terroristen, dass man ihnen unterstellt, ein bestimmtes Motiv zu haben. Das ist wirklich schlimme Diskriminierung in unserer Gesellschaft, gegen die wir auch ankämpfen müssen. Wir unterstellen... Der Punkt ist ja nicht, Menschen, die keine Terroristen sind, zu unterstellen, dass sie Terroristen sind, sondern Terroristen, ein bestimmtes Motiv zu unterstellen. Ob das sinnvoll ist, ist noch mal eine andere Frage. Zu hoch für dich. Ich weiß doch, Bro. Aber ich mach das auch eher eigentlich nicht für dich. Ich mach das für die Zuschauer, damit die sehen, wie ich dich einmal blamiere, die Hosen runterziehe, damit du nie wieder deinen Mund aufmachst. Denn sonst kommt sowas raus. Wer eins und eins zusammenrechnen kann, der weiß, auf was der gerade hier hinaus möchte. Erst einmal, es heißt, wer eins und eins zusammenzählen kann, kann nichts zusammenrechnen. Aber gut, Maestro Mastercard, wir wissen auch um das Niveau Duisburger Schulen. Also ernsthaft? Zusammenzählen und Zusammenrechnen ist dasselbe. Zusammenrechnen bedeutet... Ja, aber das Sprichwort ist trotzdem so und nicht anders. Addieren. Was machst du denn, wenn du eins und eins hast? Du addierst es. Und das ist jetzt dein geistiges Niveau. Soll ich zum Beispiel auch folgendes einblenden... Also über eine Million... ...und dich korrigieren und sagen, das heißt Millionen und nicht Millionen. Mach dich das jetzt. Dumm, wenn du das gesagt hast. Also ich finde es schon lustig und ja, ist ein bisschen dumm, weil meins war ja immer noch richtig, deins ist ja offensichtlich falsch. Aber das ist doch... Nein, das Sprichwort ist immer noch falsch. ...nergartenniveau. Übrigens nicht das Kindergartenniveau, was du hattest, wo du ja meintest... ...dich im Kindergartenalter schon besser durchgeführt hätte als du. Selbst dabei musst du die ganze Zeit ablesen. Aber selber... ...was sie in die Finger bekommen. Egal ob... Hä? ...Blumen, Insekten, Früchte... Hä? ...oder sogar... Wohin? Er guckt legit genau in die Kamera. Warte mal. Schauen wir bei jedem Bling hin, okay? Aber selber... ...was sie in die... ...er blinzelt, oder? Ah, ne, hier guckt er tatsächlich zur Seite, okay. Okay, hier guckt er tatsächlich zur Seite. War das gerade ein Weggucken von der Kamera? Das hast du jetzt nicht als Punkt gezählt, oder? Warte mal, wo war das nächste Bling jetzt? Okay, wo? Hä? Er guckt genau in die Kamera. Warte mal. Das war dein Weggucken von der Kamera. Okay. Oder sogar kleine... Stichwort Bling ist seine Muttersprache. Für dich, in deiner Religion, ist Märtyrer... Ach, Märtyrer ist der, der sich ein Bombengürtel umschnallt. Ja, der sich in die Luft jagt mit anderen Zivilisten, um zu seinen 72 Jungfrauen zu kommen. Das assoziierst du mit Märtyrer. Aber nicht wir. Ja, und das ist der Unterschied. Auch da hast du dich natürlich verraten und komplett blamiert. Denn das zeigt, wie du denkst und was für dich Märtyrer sind. Bei uns gibt es das nicht. Wir schauen in einem Video, was ich vor einem Monat hochgeladen habe, was ich dort über Märtyrer im Islam sage. Vielleicht sagt der Begriff Märtyrer dem einen oder anderen was. Viele denken dabei an etwas sehr Negatives. Wie jemand, der halt was sehr Schlimmes gemacht hat und dabei umgekommen ist. Aber Märtyrer bedeutet eigentlich nur, sein Leben auf dem Weg für eine Sache geopfert zu haben. Das heißt, als Beispiel, wenn du ein Christ bist und du bist in einem Land und dort hetzt man gegen Christen und verfolgt Christen und dir wird eine Waffe an den Kopf gehalten und dir wird gesagt, verlass deinen Glauben und du machst es nicht und dann wirst du umgebracht. Dann bist du ein Märtyrer, denn du bist für deinen Glauben gestorben. Schon wieder hat Irfan Bullshit geredet, gelogen und manipuliert. Also, lieber Irfan, ich halte das Outro kurz. Du hast recht. Ich wollte es so. Ich wollte, dass du ein Video zu mir machst und Deutschland zeigst, was für ein lügender Bluff du bist. Und weißt du, was ich noch möchte? Ich möchte, dass du jetzt noch ein Video machst. Antworte auf das hier. Zeig einmal in deinem Leben, dass du mehr kannst als nur labern. Antworte. Bring aber ordentliche Argumente. Sag, warum du Leute damals in den Dschihad geschickt hast. Sag, warum du damals den Handyladen ausgeraubt hast. Sag, warum du den US-Soldaten am Bahnhof kaputtgeschlagen hast. Sag, warum du das hast vertuschen lassen. Sag, warum du über den Bundesverfassungs... Das wäre tatsächlich interessant. Also, ja, würde ich zustimmen. Soll er machen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird auch kommen. Schauen wir uns an. ...schutz gelogen hast. Sag, warum du das N-Wort benutzt hast. Warum du dunkeläutige Menschen N... genannt hast. Sag, warum du über die Erdbebenopfer in der Türkei gelacht hast. Sei einmal in deinem Leben ein Mann. Beziehstellung, zeig Gesicht. Also, abgesehen davon, dass ich es immer noch nicht okay finde, er hat, soweit mein Chat mich darüber informiert hat, wenn diese Informationen stimmen, Kindermörder mit dem N-Wort beleidigt. die halt rassistisch dementsprechend beleidigt. Mit den Worten, ey Leute, ihr könnt das Video gerne liken und teilen, ne? Passt auf euch auf und peace. Joa. Hm. Ging so. Also, Chat, wir machen mal eine Umfrage jetzt kurz, okay? Ich mach eine Minute rein. Also, Chat, bewertet mal, wie fandet ihr das Video? Sorry, hier. Wie fandet ihr das Video? Was geht ab, Asse? Beziehungsweise, wie fandet ihr, wer von den beiden, wer war besser? Ihr Fan oder Maestro? Alle abstimmen? Eine Minute. Ihr seid ziemlich klar Team, ähm, Team Irfan. Also, welche Seite fandet ihr überzeugender? Ich bin aber sehr gespannt auf die Antwort von Maestro. Äh, von Irfan. Sorry. Mhm. Okay. Äh, Irfan PC hat gewonnen. In unserer Umfrage hier. Mit 85%. Wenn ihr das hier gerade auf YouTube seht, schreibt eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Wen fandet ihr Stand jetzt besser? Wir schauen uns an, falls ihr noch mal hier drauf antwortet. Lasst gerne ein Like und ein Abo. Das schaut auch bei Twitch, wobei das Original-Video ist verlinkt. Wir sehen uns. Tschüss.